Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ja, letzte Folge waren wir hier im Camp Arapaho und haben ja so schöne Feuerwerks gefunden und können uns ja hier den schönen Weg freimachen. Und irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Wir haben irgendwelche Researches gemacht, von denen wir gar nichts wussten. Und ja, irgendwas stimmt hier auf gar keinen Fall. Wir hören unsere Gespräche ab. Komisch. Na gut, dann lassen wir hier rausgehen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird, auf jeden Fall. Vor allem wo sind wir jetzt hier eigentlich? Wir sind jetzt... Sollen wir hier wieder raus, ne? Ah, okay, ja, guck mal. Äh, hä. Okay. Wie kommen wir jetzt hier wieder rüber? Ah, nein. Ja, baumfelder. Achtung. Baumfelder. Also, äh, jetzt. Das ist nicht safe, was du da machst. Das ist überhaupt nicht... Was? Ah. Na ja. Lass mal zurückgehen. Da war ja die Direktion, ne? Alter. Die Map wird mittlerweile wieder immer noch nicht. Ich verstehe das nicht, aber na ja. Ist halt ein Bug. Ich könnte vielleicht irgendwie beheben, vielleicht auch nicht. Aber es geht ja auch so. Können ja du nicht ran zoomen, was manchmal ein bisschen doof ist, aber es geht. Ja. Ja. Oh, okay. Ja. Du hörst jemanden in den Bösen. Ja. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just... On my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No. Definitely not. All right. So, uh, tell me what you think of this. Do you... I don't... I don't fucking know. Was? Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Um. There isn't any way someone, like, another lookout, could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Hmm. Get in your tower. Shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. What if something happens with you? Day 77. I don't answer. The big fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. I don't know. I don't know. I knew it too hard. Hello, sunshine. Sorry. I went out for a little bit. What can I do for? What? Can you do for me? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past six hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Uh, okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone Info Poster was still up inside your tower. What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Uh, uh, alright. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Was? Geht mit der ab? Warte mal, scherz Poster. Das ist doch nicht euer Ernst, das hier, ne? Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Ja. Let me look at it and I'll tell you. No, you don't need to tell me. Just, um, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, um, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh, uh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell you. Radio me the moment you get there. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ja, ich habe da so eine Vermutung. Was ist, wenn irgendwas ist, der für sie bedroht? Weiß ich ja nicht, nur so eine Vermutung. Wer soll jetzt da hingehen und sagt, ey, geh doch mal dahin. Was finden wir da erwartet werden von irgendjemanden? Und er, ihr was hat, dass sie uns sagen sollen, weil die hat sich ein bisschen komisch verhalten, finde ich jetzt. Nur eine Vermutung, da muss natürlich nicht stimmen. Irgendwie war das bekannt, das ist ein bisschen seltsam. Wir gehen natürlich jetzt da hin. War ja schon mal gewesen, haben auch schon ein Foto gemacht. Ja, das Feuer kommt ein bisschen nah. Und es ist sehr, ah, staubig, würde ich gerade sagen, rauche ich hier. Hier. Go to Cottonwood Creek. Wo ist denn die? Da unten ist er. Da unten in der Ecke. Ja. Dann gehen wir da hin. Okay. Machen wir. Aber schlossen, kann ich mich ein bisschen komisch vor. Vielleicht hat er auch nur Einbildung, aber. Naja, wir müssen ja sehen. Äh, warte mal. Ein bisschen zu Süden, ne? Ja, Süden, na ja. Na gut. Na ja, ich weiß nicht so recht, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Sind wir hier noch richtig? Ja, sogar sehr richtig. Sehr schön. Wir müssen aber nach links, ne? Wir gehen hoch und nehmen den Weg und gehen darüber. Ich freue mich auf die andere Straße oder Weg, was auch immer. Weil da können wir dann da was besser runtergehen. Ja. Den hier. Wenn wir jetzt den Weg hier nehmen, Leute. Gehen wir voll falsch. Geil. Hä? Wir müssen die andere Richtung angeblich. Dann gehen wir jetzt doch hier runter. Dann können wir hier oben, links, hinten, irgendwo runter. Ich glaube ja nicht, ne? Ne. Okay, gehen wir hier runter. Das passt ja auch. Nur nicht wieder so übel verlaufen, bitte. Ja. Ja, hallo, Waffa. Ja. Wir sind nur noch rüber und links, dann irgendwie können wir einfach durch Wasser laufen, bestimmt. Ja. Wir müssen dann schon überspringen. Na gut. Na gut. Achso. Ja. Ja. Die war ja schon mal. Definitiv. Ja, ich weiß nicht, Leute. Irgendwie alles komisch. Mit dem Waldbratz auch ein bisschen komisch. Da hat er wirklich ein bisschen komisch in eine falsche Richtung. Mal gucken. So sind wir jetzt überhaupt noch richtig. Ein bisschen nach meinen Ort. Ich muss sind hier hoch. Ist das noch irgendwie achbar? Ja, das sieht sehr gut aus. Sind wir jetzt da? Ja, okay. Ich bin gespannt, was passieren wird. Warum sollten wir jetzt unbedingt hierher kommen? Ja, hier sind wir. Das sieht einfach cool aus. Mach mal ein bisschen lang. Du mal leid, Leute. Ja, komm. Händer. Aber finden wir noch was cooles? Oder wartet sie da? Nee, genau. Was ist das? Ich glaube, ich aber auch nicht. Aber sie ist in Eon Tower. Weit, weit weg. Ja, hier war ich auch schon mal. Jetzt sind wir bei diesem Baum. Hier sollte man doch gehen, oder? Go to Cotton Rock Creek, da sind wir jetzt. Ist das ein Tier da? Ja, das sind, das sind Steine, okay. Irgendwie. Ich habe ein bisschen Schiff, muss ich sagen. Dass sie von mir verarscht werden. Weil ich da eigentlich, ich da eigentlich nicht glaube. Das wäre nämlich ganz schön mies. Irgendwie was damit zu tun hat. Ja. Ich bin hier, in Cottonwood Creek. Siehst du die Cashbox da? Es muss hier irgendwo sein. Es ist. Find es und öffne es. Ich habe die Kode verändert. Es ist 5678. Ist das? Ist das? Ist das? Ich war in einem Rutsch? Wie hat die Cashbox geändert? Hätte ich noch ruhig mal besuchen können. 5678, ja klar. Na gut. Ich möchte noch neue Zahlen merken. Ja, auf 578 ist auch nicht viel besser. Ja. Na gut. Auf damit. Hat sie es aufgefüllt, oder was? Ah. Ah. Okay. Sie wollten sich glauben, was da drin ist. Sie konnten deswegen... Ich verstehe. Wie schlau. Ich habe es jetzt. Gut. Ich habe das ganze Zeit bekommen, dir das Radio. Ich habe eine Cashbox gebeten, ein Ranger gebeten, ein Ranger gebeten, und hoffentlich, du jetzt hältst du eine clean, untappte Radio. Hoffentlich. Ja. Holy fuck, Henry. Wir müssen in diese Zeit kommen. Whatever diese Leute machen ist illegal, right? Wir müssen wissen, wie sie es machen, warum, alles. Du verstehst? Du bist okay? Ich weiß nicht, Henry. Die Leute haben uns gehört, das ganze Sommer. Wie ist das eigentlich passiert? Ich weiß nicht. Ich... Ich bin Angst. Ich weiß nicht, Du bist sicher? Ja. Ich versuche es zu Hause, zu Chimney Rock, Elk's Fork, und Beartooth Lookout, und jeder von ihnen wurde nur geblieben. Ich habe gefragt, ob ich okay bin, ...if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else and I'm done asking. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just... maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry! Maybe there was something in the water or our condo was underneath some power lines and... And you, Delilah, you're not real. Henry, Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Yeah, that's okay. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I am as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Okay, I'm all right. I'm headed towards the side. Good. Keep your head up. I'll have to... Maybe I'll have to have another one and then I might actually make it through. I'm always supposed to go through. Yeah, that's great. Awesome. Awesome. Good. ja dann lass mal wieder gehen würde ich sagen können wir hier und gehen wo wir herkommen bestimmt schon krass ja gut ist halt so ne wenn ihr verfolgt ich hoffe nicht aber direkt ist auch in der linie die uns verfolgt oder das abhört die willst du merken wenn wir das raten nicht mehr benutzen irgendwann und dann wird es wieder irgendwas passieren ich bin gespannt wo sind wir eigentlich hier falsch gelaufen scheiße durch die abkürzung nehmen falsch gelaufen geil alles voll krass mal ganz ehrlich schönes spiel das war wahrscheinlich relativ kurz aber trotzdem ich hätte andere weg nehmen sollen scheiße mann naja hier ist raus ja gut ja ich fühle mich auf der unwohl wenn ich jetzt einfach nur rumlaufen kräfte die leider dann mal ein paar tage schön ja das ist schon krass auf jeden fall ich bin gespannt wie es weiter gehen wird vor allem wer das uns alles hier antut quasi und überhaupt wo soll ich weiter gehen wo soll ich weiter gehen hey uh i just thought of something not um not great what is it i filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls the ones that went missing a few weeks back ja so so i'm sorry i'm not following you henry our radios were tapped the entire time we talked about it maybe even your first day when you had to run in with them oh oh no oh yes mission and now someone probably has a transcript of that entire conversation oh i've filed a report that's a blatant lie oh and those girls are still missing wir können richtig probleme bekommen fuck delilah ja fuck indeed ja fuck du kannst du mal laut sagen das heißt der oder diejenige die das abgehört hat und das gespräch vielleicht aufgezeichnet hat oder was auch immer könnte uns nicht richtig heranbekommen theoretisch weil wir uns sagt dass wir die hier gesehen haben und so oh shit ich habe gerade auf mehrere enden vom spiel gibt aber nur eins und es könnte wenn es mehrere enden sind könnte es hart verschissen haben alter und was ist es wenn es irgendwie eltern von den mädchen sind oder so hat die rache üben wollen aber das war schon ja weiß ich auch nicht kann aber auch nicht sein weil die hat hier verschollen sind wo es echt schwer leute man kann nur spekulieren ich gehe von mir nach oben bei mir doch oder ja sagen wir break into happy middle wieder wieder in unserem turm jetzt ich gehe doch trotzdem mal ganz hoch das ist crazy krass man ja hab ich nicht erwartet ich glaube hier sollen wir nicht hin ne nicht dass wir einen anderen weg nehmen sollten dass es so gescriptet ist dass wir jetzt hier nochmal zurücklaufen müssen naja leute krass was machen wir denn jetzt hm naja wo können wir denn jetzt noch hin according to back into happy middle ist oder unten oder was ist aber ich gehe richtig auf jetzt leute hinlaufen machen wir mal sagen ja gut ich würde sagen ich bin der für die folge die war schon spannend genug muss ich immer so lange waren nicht vollkommen wie ich hier weitergehen wird ich bin sehr gespannt krass man dann danke schön fürs zusehen und tschüss bis nächste folge von firewatch